Und das ist es, worum es geht in dieser Passage. Es geht darum, ein Freund Gottes zu werden. Es geht darum, deinen Glauben als Christ zu vervollkommen. Also es bedeutet, wenn du keine Werke hast, dann musst du dich endlich aufraffen und etwas tun. Aber es bedeutet nicht, wenn du das nicht tust, dann bist du nicht gerettet. Und das ist etwas, was hier gerne angesprochen wird. Ja, diese Leute hatten keinen rettenden Glauben. Was um alles in der Welt soll das bedeuten? Rettender Glaube? Es gibt also einen Glauben an Christus, der dich nicht rettet? Ich meine, wie verwirrend kann man damit sein? Entweder du glaubst an den Herrn Jesus Christus oder nicht. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich darin rettenden Glauben lese. Wer rettenden Glauben hat, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht rettenden Glauben hat, der ist schon gerichtet. Was? Ich kann mich nicht erinnern, das zu lesen. Also wir müssen die biblischen Begriffe benutzen. Also wenn wir das lesen, wenn die Bibel hier sagt, was hilft es? Bitte unterstreich in deiner Bibel das Wort hilft. Steht da, du gehst zur Hölle? Oder sagt hier die Bibel, du wirst deine Errettung verlieren? Was hilft es? Weißt du, als Unternehmen kannst du diese Linie erreichen, du weißt schon diese Linie, wonach ich suche, wo du alle deine Rechnungen und alles bezahlt hast. Aber sobald du über diese Linie kommst, beginnst du Profit zu machen. Richtig? Das ist, was du tun willst als Unternehmen. Du willst Profit machen, du willst Gewinn machen. Also wenn wir über Profit reden oder was es hilft, dann reden wir darüber, was man extra macht. Zusätzlich. Wir wollen Profit machen, denn dann haben wir mehr Geld. Also als Unternehmen willst du Profit machen. Du willst Gewinn machen. Und als Christ ist es ungefähr genauso. Du willst etwas Gewinnbringendes machen. Also, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat auch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wovon? Vom Gericht? Wenn du keine Barmherzigkeit gegenüber deinem Bruder übst, wie willst du dann erwarten, dass Gott dir gegenüber barmherzig ist, wenn du in schwierigen Zeiten bist? Gott sieht das. Und wenn du den Armen ignorierst, Gott sieht das auch. Das kommt aus den Sprüchen. Das ist ein Thema, das du über die ganze Bibel verteilt findest. Und es heißt in Vers 15, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester. Achte darauf, ein Bruder oder eine Schwester. Ich glaube nicht, dass es hier um deine Geschwister geht im biologischen Sinne, sondern es geht hier um deine Geschwister in Christus. Die Bibel sagt, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Halte einen Moment inne und vergiss einfach, dass manche Leute versuchen zu behaupten, hier ginge es um ewige Erlösung. Was lehrt diese Passage? Sie lehrt, wenn ich auf jemanden zuginge und sagte, Bruder Eric, du bist nackt und dir fehlt es an der täglichen Speise und ich sagte dir, Bruder, wärme und sättige dich, geh hin in Frieden. Wäre das gewinnbringend für ihn? Würde ihm das überhaupt irgendwie helfen? Nur indem ich das sage, ich habe Glaube, Bruder, dass du Kleidung bekommst und dass du Essen bekommst, aber ich tue nichts, um ihm Kleidung oder Essen zu geben. Was hilft das? Nichts. Und das passt zu Leuten, die sagen, ich habe diesen großen Glauben an Gott, aber ich gehe ja nicht zur Kirche. Ich habe diesen großen Glauben an Gott, aber ich lese nicht meine Bibel. Ich habe diesen großen Glauben an Gott, aber ich tue nicht ein einziges Ding für ihn. Ich lebe für die Welt, ich lebe für meine eigenen Lüste. Was hilft das? Das ist jetzt, worum es geht in dieser Passage. Es geht darum, keine Barmherzigkeit, keine Gnade zu haben. Und weißt du was, diese Leute, die keine Gnade haben, besonders als ein Bruder an Christus, als ein Mitglied von Mountain Baptist Church, und ich bin der Pastor und ich ignoriere das, du solltest besser glauben, dass das Urteil über mich ergeht ohne Gnade, deswegen. Also es gibt da zu viele Passagen in der Bibel, aber ich will bei dieser Passage bleiben, wenn es darum geht. Aber gehe zu 1. Johannes Kapitel 3. Und das ist fast wortwörtlich, wenn du dir diese Passage anschaust. In 1. Johannes Kapitel 3. Und wir fangen in Vers 16 an, das ist ein berühmter Vers hier. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also was ist das Thema hier? Wir sollen unsere Brüder lieben und bereit sein, für sie zu sterben, richtig? Achte darauf, was hier steht in Vers 17. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Geht weiter, meine Kinder, lass uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Ist das nicht exakt das, worum es in Jakobus Kapitel 2 ging? Sie sagten, wärmt und sättigt euch, aber sie taten nichts in der Tat, um ihnen damit zu helfen. Wie bleibt die Liebe Gottes in uns als Christen, als wiedergeborene Gläubige, wenn wir keine Barmherzigkeit üben gegenüber jemandem, der an Schwierigkeiten steckt? Und wir reden hier über einen Bruder oder eine Schwester, jemand in der Kirche. Sie brauchen wirklich unsere Hilfe und sie haben Probleme. Sie arbeiten hart, aber haben trotzdem Probleme, haben Probleme, die Rechnungen zu bezahlen. Sie haben Probleme, ihre Familie zu versorgen. Wenn wir ihnen nicht helfen, wehe uns. Das Urteil Gottes wird über uns ergehen. Denn wir haben es. Hier steht, wer aber die Güter dieser Welt hat. Also wir haben es. Es geht hier um Leute, die die Möglichkeit haben, die die Fähigkeit haben, zu helfen. Also wenn ich ohne Kleidung bin und es mir an dem täglichen Brot mangelt, ja, dann kann ich nicht helfen. Aber hier ist das Ding. Wenn ich die Fähigkeit habe, wenn ich die Mittel habe, ihm zu helfen, dann muss ich ihm helfen. Und das ist es, worum es geht in Jakobus 2. Dass, hey, du kannst den ganzen Tag lang sagen, dass du Glauben hast. Aber erzähl mir nicht, dass du irgendwie diesen großen Glauben hast und nichts damit machst. Denn Glaube ohne Werke nützt nichts. Es hilft niemandem. Also wenn hier steht, dass der Glaube ohne die Werke tot ist, worum geht es? Dass er nichts nützt, dass er niemandem hilft. Es heißt auch in der Bibel, dass ein lebender Hund besser ist als ein toter Löwe. Und wir wissen, dass der Löwe der König der Tiere ist. Und wenn wir den mit meinem Dackel zu Hause vergleichen, dann ist das natürlich ein riesiger Unterschied. Aber dieser lebende Hund ist besser als ein toter Löwe. Denn dieser tote Löwe ist nicht gewinnbringend. Er ist nutzlos. Also wenn du keine Werke hast, zusammen mit dem Fakt, dass du gerettet bist, dann ist es nicht gewinnbringend. Dann tust du niemandem irgendetwas Gutes hier auf der Erde. Macht das Sinn? Und wenn wir hier weiterlesen, dann steht da, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Also, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Also das ist das Bild, das dir hier gegeben wird, richtig? Das Bild, das dir hier die Bibel gibt, ist, dass wenn du stirbst, weißt du, ein Mann nach Gottes Herzen, David, sagte das, ja, wie kann ich dich preisen im Grabe? Wie kann ich dir nützlich sein? Wie kann ich dem Herrn nützlich sein, wenn ich tot bin, physisch? Richtig? Bedeutet das, oh, ich komme zur Hölle? Nein, es bedeutet einfach nur, ich kann nichts für dich tun, hier in diesem Leben, wenn ich tot bin. Es ist, es nützt nichts. Ich kann nichts tun, wenn ich tot bin. Und es geht hier weiter und heißt in Vers 18, da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben ohne deine Werke und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Und das ist ein Zeugnis für den Fakt, dass es viele Leute in Kirchen gibt, die groß daherreden, aber sie lassen ihren Worten keine Taten folgen. Bedeutet das, dass sie nicht gerettet sind deswegen? Nein, denn wir wissen, dass die Errettung allein durch den Glauben geschieht. Aber erzähl mir nicht, dass du irgendeinen großen, monströsen Glauben hast und nichts damit tust. Und ich meine, das betrifft auch die Leute, die im Rednerpult predigen und selbst aber kein einziges Werk tun. Sie wollen darüber reden, dass sie so gottesfürchtig sind und sie wissen so viel von der Bibel. Aber weißt du was, du kannst die ganze Bibel auswendig kennen, du kannst alles auswendig gelernt haben, von vorne bis hinten. Aber wenn du nicht rausgehst und jemanden für Christus gewinnst, wenn du nicht jemandem das Evangelium verkündigst, wenn du noch nicht mal dieses winzige Werk tun kannst, jemandem das Evangelium zu predigen, dann ist das sinnlos. Dann könntest du genauso gut tot sein, denn das ist es, worum es hier geht in der Bibel. Glaube ohne die Werke ist tot. In dem Sinne, wenn du hier oben stehst und darüber redest, ich bin schon so lange gerettet, ich bin seit 40 Jahren gerettet, seit 50 Jahren gerettet und ich habe schon so oft die Bibel durchgelesen und habe all diese Predigten gepredigt, aber ich habe niemanden für Christus gewonnen. Ich tue nicht die Werke, die Gott mir aufgetragen hat zu tun. Ja, weißt du, wozu ist das dann? Was hat das für einen Nutzen? Wem hat das geholfen? Also ich zeige dir meinen Glauben durch meine Werke. Aber hier ist das Ding, wir werden gerechtfertigt vor Gott, also für unsere ewige Erlösung, werden wir gerechtfertigt vor Gott durch unseren Glauben, komplett ohne die Werke. Aber wir werden vor Gott auch nach unseren Werken gerichtet. Aber im Grunde genommen, was wir in diesem Fleisch tun, das werden wir vor dem Richterstuhl Christi haben und wir werden an diesem Tag für unsere Werke gerechtfertigt werden. Und das heißt, darum richtet nichts vor der Zeit. Also macht dir keine Sorgen darüber. Macht dir keine Sorgen darüber, wer ist gerade besser, wer wird mehr Kronen haben oder wer wird eine höhere Position haben im neuen Himmel oder im himmlischen Jerusalem. Hier ist das Ding, es wird ein Gericht sein, es werden Sachen delegiert. Jesus sagt, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Richtig? Ich mache dich zum Herrscher über zehn Städte, über fünf Städte. Wir werden nicht einfach auf einer Harfe spielen im Himmel und unter einem Baum sitzen und auf einer Wolke herum gleiten. Nein, wir werden Sachen zu tun haben. Wir werden Positionen von Autorität haben, richtig? Wir werden herrschen und regieren mit Christus. Aber wenn du herrschen und regieren möchtest mit ihm, du willst einer seiner mächtigen Männer sein, du willst einer seiner 37 mächtigen Männer sein, die David hatte und du möchtest einer der Top 3 sein, weißt du, das ist, wo ich sein möchte, auch wenn ich das wahrscheinlich niemals erreichen werde. Aber weißt du, dafür will ich kämpfen. Aber dafür musst du eben die Werke tun, um da hinzukommen. Und hier ist ein Mann, der das tatsächlich geschafft hat. Abraham. Also es läuft hier alles auf Abraham hinaus in dieser Passage. Wurde Abraham gerechtfertigt durch seine Werke, um in den Himmel zu kommen? Nun, wir haben auch gelesen in Römer 4, Vers 2, wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Nameatge huraccipiat er sich die Werke von auch in den Himmel zu kommen. Ja, ich halte dir. Jetzt schau dir bitte. Ja, Psychology. Aber wir tête 예 expertise ist, und wir tête haben nicht mehr Giintérieur. Wir dicen sehr gut, wie immer bei Locke, такое derablo happy hat. shirtiv egoista rегда.